Wir sind langsam. Oh, wir sind langsam. Wir sind sehr langsam. Warum sind wir so langsam? Ja, es ist halt die Frage, was wir machen wollen. Also, wenn wir Malle erkunden wollen, dann nehmen wir irgendwas gemütliches, ne? Zum Beispiel, wir können mal den Gleiter ausprobieren. Ich bin noch nie mit dem Gleiter geflogen, tatsächlich. Ähm, ich probier's mal aus, ne? Ich probier's einfach mal aus. Manchmal haben die Flugzeuge auch noch Lackierungen. Ah ja, guck mal. Ja, mit dem Blau ist gut, ne? Mit dem Blau ist gut. Langsam, ja, der fliegt auch über 270, ne? Langsam ist der jetzt auch nicht. Aber wir probieren's mal. Pass auf, jetzt können wir hier nämlich, jetzt hab ich das Flugzeug oben links ausgewählt. Und das Geile ist natürlich ein Flight Simulator für alle, die es nicht kennen. Du kannst ja überall reinzoomen. So. Also, richtig weit reinzoomen. Du kannst ja, hier gibt's auch so kleine Flughäfen, wo man starten könnte. Zum Beispiel hier, so eine 0815 Bahn. Hier ist Palma de Mallorca. Das ist der große Flughafen. Es ist so ein bisschen wie Google Earth, oder? Ja, es ist auch nicht schlecht. Könnte man auch machen. Ich würde sagen... Naja, weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, wir starten mal... Was ist denn das hier? Hier gibt's überall auch Points of Interest, natürlich. Ach, das sind Live-Flugdaten. Ja, es gibt übrigens auch Live-Flugdaten. Von Ibiza nach Mallorca, oder was? Das ist doch... Das ist doch nice. Gleiter ist nicht wirklich langsam. Also, pass auf. Wir machen mal Startpunkt. Machen wir mal hier Ibiza. So, Abflug festlegen. Und landen tun wir dann irgendwann irgendwo... Hier auf diesen kleinen Shot-Up-Weg hier. Oder warte mal, haben wir da oben noch einen? Ich weiß, also landen ist natürlich immer so eine Herausforderung, ne? Landen wir mal da. Ankunft festlegen. Du kannst hier auch das Wetter einstellen, Flugbedienungen. Du kannst sogar mit Live-Spieler spielen. Linienverkehr nehmen wir Live-Verkehr. Äh, Live-Wetter haben wir. Ja, wir machen alles live. Wir machen alles live. Ja, wir haben nur noch die Frage jetzt, Leute. Wollen wir den Gleiter nehmen, oder was anderes? Den Gleiter, oder was anderes? Gleiter bei Gewitter? Was? Soll ich sterben, oder was? Nimm den Gleiter. Okay, 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 okay. Eine kleine Chessna. Eine kleine Chessna würde auch gehen. Habe ich eine Chessna? Wo kann ich das hier suchen? Wie wird Chessna geschrieben? Mit CH, oder was? Alter, ein Wasserflugzeug. Aber können wir damit landen überhaupt? Ich bin mir gar nicht sicher. Chess. Ich glaube, eine Chessna gibt es nicht. Eine kleine Heli. Chessna. Okay, Chess. So wird das geschrieben, bist du sicher? Ja. Also hier kommt alles, aber kein Chessna, Leute. Auch doch hier, guck mal. Ah ja, die langsamste. Fünf Stunden Höchstflugdauer. Reichweite ist eigentlich ganz gut. Wollen wir eine davon nehmen, oder eine etwas bessere? Oder Wasserflugzeug? Chessna. Ich glaube, wir nehmen das hier, ne? Wir nehmen mal die Aerobard. Ob das jut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Wasser am Strand landen. Boah, ich kann halt nicht landen. Das ist das Problem. Wir können es ausprobieren. Wir können es ausprobieren. Dann nehme ich mal die hier. So, Lackierung. Gibt es keine weiter? Alles klar. Es geht los, es geht los. Badehose einpacken. Angriff. So, wir gehen aber wieder hier hin. So. Hasi, hast du schon mal Command gemacht vielleicht? Das wäre ja schön. Bei deinen Flugkünsten besser was, was unzerstörbar ist. Ja, meine Flugkünste sind wirklich... Also fliegen geht einigermaßen. Oh, danke schön. Äh, fliegen geht einigermaßen. Aber... Was ist das denn für eine URL? Short URL. A-T... Na gut. Okay, wir sind bereit zum Fliegen direkt. Los geht's. Normalerweise, man muss es ja machen, auch mit Funk. Also wir haben die Innenansicht. Das wäre diese hier. Naja, siehst du natürlich schön viel, ne? Guck mal, wie schön das aussieht. Oh. Also, ich hab halt auch eine 4090, ne? Ich hab alles auf Ultra geballert. Kannst hier schön mit Leder und alles... Oh, es ist schön. So, diese Ansicht gibt es natürlich. Aber es gibt auch diese Ansicht. Welche Ansicht wollen wir fliegen? Diese hier? Die Außenansicht? Die Innenansicht? Oder hin und her wechseln? Ähm, ich würde auf jeden Fall nochmal die Sounds ein bisschen lauter machen. Ich hab die ultra leise. Tatsächlich. Äh. D-d-d-d. Optionen. Wenn es zu laut ist, müsst ihr rummeckern mit mir, ne? Da müsst ihr ein bisschen rummeckern mit mir. Einen Ticken lauter. Wenn es zu laut ist, sagt Bescheid. Dann machen wir wieder leise. Flugzeugtriebwerke. Äh. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Es geht los, Leute. Es geht los. F11. Ist doch ein Simulator von innen. Aber außen siehst du mehr, ne? Das Ding ist halt, ich weiß innen gar nicht, wo meine Geschwindigkeits... Ach, da ist meine Geschwindigkeitsanzeige. Okay. Seid ihr ready? Dann starte ich jetzt. Okay, 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 okay. Achso. Ähm. Ich möchte noch eine Kanalpunkte-Wette. Und zwar, wer glaubt, dass ich erfolgreich landen kann auf dem Zielflughafen? Wer glaubt, dass ich abstürze unterwegs? Oder bei der Landung abstürze? Das wäre noch eine super Kanalpunkte-Wette, Leute. Ja, wir machen gleich Parkbremse, machen wir gleich lose. Parkbremse machen wir gleich lose. Ich muss aber trotzdem wahrscheinlich mal hier mit irgendwo anders hin. Ja, obwohl, komm, wir gehen einfach auf die Map drauf. Ich glaube, das ist okay. Wow, danke für den Follow. Fuchsgeburt. Hallöchen, moin. Okay, wir werden abfliegen. Meine Damen und Herren, bitte anschnallen. In Kürze starten wir den Flug. Von Ibiza nach Mallorca. Bitte stimmen Sie jetzt ab an Ihrem Bordcomputer über die erfolgreiche Landung oder den Verlust Ihres Lebens. Hier ist Ihr Kapitän Lassi. Gut, Leute. Kanalpunkte-Wette ist offen. Ihr könnt vorher sagen, ich starte schon mal, ne? Ich starte schon mal. Ich starte schon mal. Danke auch, Gamer, für dein... Für dein... Für dein Follow. Also, Bremse lösen. Starten. Ich gebe mal voll Stoff, ne? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ist das zu leise oder geht einigermaßen? Sag mal Bescheid. Okay, wir geben richtig Stoff. Ich gebe Vollspeed. Wir können ja starten. Siehst du diesen kleinen Balken? auf dem linken Bildschirm, wenn wir im grünen Bereich sind. Hallo, Mikey. Grüß dich. Hallöchen. Willkommen im Flieger. Dann fliegen wir mal hoch. Ich hebe ab. Oh. Oh. Ich fliege. Ich fliege. Wir können auch mal ein bisschen höher uns setzen vielleicht. Oder? Geht das? Bin mir nicht sicher. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Wo ist denn hier meine... Was hat er gesagt? Beruhig dich. So, Fahrwerk wird eingezogen. Wir sind langsam. Oh, wir sind langsam. Wir sind sehr langsam. Warum sind wir so langsam? Oh mein Gott. Wir müssen noch mal... Wir müssen noch mal... Wir machen noch mal. Neustart. 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 Wir machen Neustart. Hä? Warum ist denn das Ding jetzt abgestürzt so schnell? Nochmal. Nochmal, nochmal. Fast auf die Bitsa angekommen. War knapp. Ich plan übrigens mir privat auch so einen kleinen Cessna zu kaufen. Wer würde von euch gerne mal mitfliegen mit mir? Beim Jung vom Flug. Okay. Zweiter Versuch. Los geht's. Bremse lösen. Volle Möhre Gas geben. Nein, danke. Ehrlich nicht? Moin, Bodo. Grüß dich. Danke für den Follow. Okay, okay. Neue Runde. Neues Glück hier, du. Jetzt nicht mehr. Okay. Mhm. Geht das als Langbildung durch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen einfach mehr Speed haben, bevor wir abheben. Wir hatten, glaube ich, so einen Luftabriss. Kann das sagen. Guck mal, da kommt doch ein Flugzeug mehr entgegen, Leute. Ganz abheben, sagt er. Nee, wir fliegen noch schneller. Noch schneller. Ruhig. Ruhig. Okay. Los geht's. Ich hebe ab. Ja, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. So bei 100 vielleicht, ne? Wie lange ist denn hier die Bahn? Wie lange ist denn hier die Fläche? Ach du Scheiße. Jetzt sind wir bei 100. Okay. Okay. Wir heben ab. Okay. 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 Alles gut. Alles gut. Hei, 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 hei. Neue Kanalpunkte-Wette ist da, Leute. Okay. 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 Oh, schwierig. Ja, man muss es natürlich ruhig halten. Aber wir sind... Es geht nur geradeaus. Geradeaus kann ich. Guck mal ein bisschen hoch. Oh, schaut euch das an, wie schön das ist. Links fahren die Autos. Hast du gesehen? Okay. Okay. Alles ist gut. Aber ich weiß nicht, woran das lag gerade. Fahrwerk einfahren. Jawohl. Ready for takeoff. Jetzt starten wir gleich ohne Klappen. Das ist besser. Wieso ohne Klappen? Tk halt. Was sind denn Klappen? Ihr könnt übrigens auch gerne mir Tipps geben. Äh, weil ich bin absolut der Noob, Leute. Ich bin absolut für alle, die gerade Follow da gelassen haben und gedacht haben, Digga, hier läuft richtig geiler Flugsimulator-Shit. Und ich, ich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Aber es geht einigermaßen, ne? Es geht einigermaßen. Wollen wir mal ein bisschen rumgucken? Ich habe halt Angst, rumzugucken. Kann es sein, dass ich den Gashebel die ganze Zeit gedrückt halten muss? Was hat er gesagt? Guck dir das an. Ist das nicht toll? Alter. Ist das nicht toll? Vor allen Dingen 100... Moment, wie, wie, wie viel Reichweite haben wir? Kommen wir überhaupt 100 Kilometer? Ist das so weit weg? Ja, das ist übrigens Ibiza. Leute, das ist Ibiza. Oh, schöne Inseln hier, ne? Oh, schön. Einmal war ich auf Ibiza. Ich weiß aber nicht mehr, an welchem Strand. Das könnte tatsächlich dieser Strand gewesen sein hier. Die Bucht aber... Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja, I did you copy. I did you, I did you, did you. Muss ich irgendwo antworten oder was? Gibt es hier irgendwelche Knöpfe? Okay, 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 okay. Tank ist bei 49%. Na, ich glaube, der wurde halt, der Tank, wurde, glaube ich, berechnet auf Basis der Flugdauer, die wir brauchen, ne? Landeklappen wird, äh, für den Start in der Riege benötigt. Äh, nach dem Abheben langsam einfahren. Danach ein Auge auf Geschwindigkeit haben. Wo sehe ich denn, ob die Landeklappen, das sind ja die Flaps, ne? Flaps sind bei 0%. Soll ich die jetzt ausfahren, ne, oder? Ompi, dankeschön. Guck mal, Flaps kann ich quasi hier. Jetzt habe ich Flaps, Landeklappen. Okay, jetzt... Aber jetzt sind wir in der Luft. Jetzt lasse ich die Landeklappen mal, so wie sie sind, ne? Könnte natürlich jetzt auch trotzdem mal hier die Ansicht wechseln. Ah, schön, oder? Also, so siehst du natürlich schon besser. Im Flug auf 0 passt. Lieg nochmal ein bisschen höher. Ei, ei, ei. Warum sind wir so lang... Warum werden wir so langsam, Chat? Weil ich zu hoch ziehe, oder? Okay, okay, okay. Wir sind 2000 Meter hoch, also ich erkläre euch mal die Anzeigen. Also, ich erkläre euch mal die Anzeigen kurz. Und rechts unten, Altitude, ist die Höhe, die wir haben. Das ist der zweite Balken. Ganz rechts unten, dieses VS, ist, ähm, wie wir stehen, ne? Ob wir steigen, ob wir sinken, ob wir gerade sind. Was das drin ist, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, da kann man einstellen, wenn man den Controller loslässt, dass er nur gerade ausfliegt. Gut. Und die Flaps sind halt Landeklappen. Sind das Meter oder Fuß? Ey, ich habe hier Kilometer eingestellt. Oh, 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 oh. Wir werden zu langsam, Leute. So. Aber passt alles. Wenn wir zu langsam sind, dann plumpsen wir natürlich runter. Ähm, unten links haben wir quasi die Geschwindigkeit. Geht? Grüß dich! Moin! Wir sind auf Ibiza! Den Sprit. Die Engine. Das heißt halt, wie viel Speed wir geben. Guck mal, ich kann die Engine ein bisschen runterschalten. Siehst du das? So, dann fliegen wir ein bisschen langsamer. Oder zum Landen wäre das wahrscheinlich ganz gut. So. Zum Spritsparen natürlich auch. Ich denke mal, wenn wir hier im grünen Bereich sind, dann ist das in Ordnung, ne? Wir müssen ja nicht Vollgas geben. Reicht der Sprit vielleicht ein bisschen länger. Aber ist natürlich weit. 158 Kilometer. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt noch ankommen, Leute. Wir sind halt auch wirklich sehr, sehr langsam. So. Man kann hier natürlich auch, ne, lenken. Das geht auch wunderbar. Guckt ihr das an. Ist es nicht schön? So. Und oben rechts haben wir die Karte. Oh, oh, ruhig, 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 ruhig. Ich habe übrigens die Assistenten. Da gucken wir mal kurz rein, dass ihr seht, wie ich das eingestellt habe hier. Denn bei Unterstützungsoptionen habe ich ein bisschen was eingestellt. Eine unerwartete Wendung in deiner Story macht alles noch spannender. Dankeschön, Mikey. Das war wirklich lieb. Danke sehr. Und zwar, unbegrenzter Treibstoff habe ich ausgestellt. Das könnte man auch einschalten. Wenn wir merken, der geht aus, weiß ich nicht. Kreisedift ist, also eigentlich ist es schon wirklich alles aktiv. Also es ist schon wirklich Triebwerksüberlastungsschäden sind deaktiviert. Der Rest ist an. Navigationshilfen. Mh, 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 mh. Pilotensteuerung. Automatisches Seitenruder. Weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Das lassen wir mal alles so, ne? Also dann wisst ihr auch mal. Ach so, interessante Punkte. Die würde ich mal anmachen tatsächlich. Äh, Richtung, bla, 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 bla. Alle Beschriftungen anzeigen. Ich mache mal auf ein, dass man so sieht, was da in der Nähe ist. Ich hoffe, es passt einigermaßen für euch. Und nimmt euch die Immersion nicht so. Oh Gott, das will. Oh Gott. Hoch, hoch, zieh hoch. Zieh hoch, zieh hoch. So. Ja, KI-Assistenten für Strömungsabriss. Den würde ich eigentlich gerne ausschalten. Den will ich nicht. Aber ich weiß nicht, wo ich den finde. Warte mal, muss ich mal ganz kurz. Den KI-Assistenten für Strömungsabriss. Der macht nämlich immer meine Triebwerke hoch und runter. Strömungsabriss. Aus. Jetzt wird es noch schwerer. Gut, gar kein Problem. Gar kein Problem. Okay. Zum Landen musst du auf Ausstellen. Was muss ich ausstellen? Die Frage ist halt, wie kriegen wir Speed, ne? Natürlich, indem wir den Motor wieder hochfahren. Aber auch, indem wir so leicht in den Sinkflug gehen. Oder die Geschwindigkeit halten. Alter, wir fliegen der Sonne auch noch entgegen. Das ist natürlich nicht so toll für die Old-Line. Und das Ding ist halt, wie schnell fliegt das? 200 kmh? Wir fliegen jetzt 90 kmh, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das kmh ist links. Aber ich glaube ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Versuche, VS bei 0 zu halten. Kein Steigen, kein Sinken. Okay. Da kann ich doch irgendwie diesen Trim einstellen. Hat da jemand, gibt es da einen Knopf auf dem Gamepad? Weil wenn ich loslasse, kannst du mit dem Trim das so einstellen, dass er weder sinkt noch steigt. Vielleicht ist er auch perfekt eingestellt. Weiß ich nicht. Nee, also tendenziell sinkend R. RB Kreuz hoch runter. Das ist gut, warte mal. RB, RB, RB. Nee, das sind... Scheiße. Okay, okay, okay. Okay, das ist ein Seitenruder. Das ist gar nicht gut. Ja. Ja, wir fliegen gleich mal ein bisschen. RB ist es auf jeden Fall nicht. Oh, scheiße. Ich habe einen Motor ausgemacht. Oh mein Gott. Mach den Motor an. Oh, shit. Wie kriege ich den denn wieder an? Motor ist wieder an. Alles gut, Leute. Alles ist gut. Es ist nichts passiert. Der Motor ist wieder an. Gott, das will Leute. Gibt jemand die Tastatur für Trim? Tastatur-Dinger vielleicht? Weil wenn du den Trim perfekt einstellst, das musst du natürlich auch... RB, stick. Nee, auch nicht. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Alles ist gut. Ich fliege hier nicht mit. Wieso nicht? Hä? Guck mal, Geschwindigkeit haben wir auf jeden Fall gut aufgenommen gerade schon. Das ist perfekt. Also wir sind wahrscheinlich in der optimalen Flughöhe. Ah, jetzt scheint der Trim aber einigermaßen zu passen hier, ne? Müssen wir nur schauen. Gibt natürlich auch Maschinenschaden. Wenn man zu schnell ist, ist es auch schwierig. Aber ein bisschen können wir noch Gas geben, glaube ich, ne? Ein bisschen können wir noch Gas geben. Von rechts ist Sharknado. Oh, das ist links, das ist links. Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Ich bin etwas enttäuscht, dass Lassi sich nicht extra ein Stream-Cockpit, äh, 1 zu 1 nachbaut. Oh, Ingo, das tut mir natürlich wirklich leid. Aber, ich meine, sagen wir mal, wenn du mir 50.000 Flocken überweist, dann würde ich mir so ein 1 zu 1 Cockpit für so eine Chessna nachbauen lassen. Ich kann das leider nicht so gut. Mach mal hier ein bisschen das Ruder. Ich kann das leider nicht so gut. Aber guck mal, Trim ist eigentlich perfekt eingestellt, ne? Ah, jetzt wieder. Oh ja. Oh, eigentlich geht es doch. Wir steigen leicht, das ist schon okay. Ich glaube, eher Sprit wird vorher leer. Meinst du? Ja, ich weiß nicht. Ich gehe noch mal ein bisschen runter. Tja, wie schalte ich den Trim ein, ey? Wir sind gleich bei 0. Also, leicht Tendenz, sinkende Tendenz ist okay. Ich glaube, ist okay. Ich glaube, ist okay. Oh, jetzt steigt er wieder. Muss voll Gas. Ja, weiß ich. Also, ich bin voll Gas. Soll ich mal runtergehen von der Bremse hier? Gehen wir mal ein bisschen runter vom Gas, oder wat? So, gehen wir mal runter. Ach, schön, ne? So. Er spart direkt, um die ganze Sternflotte zu erwerben. Wie soll ich das denn machen? Weißt du, wie teuer das ist? Du brauchst Technik. Du brauchst alles. Oh, wir sind vom Kurs abgekommen. Ein bisschen. Ich muss mal ein bisschen korrigieren. So, ist glaube ich ganz gut. Perfekt. Guck mal, wir sind sogar zu zweit im Flugzeug. Nice. Ach, schön. Wenn wir die Ansicht oder die andere? Die hätten wir auch nochmal angeboten. Boah, die Sonne ist halt maximal nervig, ne? Die Sonne ist maximal nervig. Was ist denn das da unten? Sind das Boote? Ach, krass. Jetzt ein Looping. Ja, ich glaube nicht, dass das gut funktionieren würde. Was haben wir denn hier alles für Knöppel, Leute? Man muss sich natürlich mit dem Flugzeug mal ein bisschen auseinandersetzen, ne? Hier haben wir Treibstoffhebel. Ja. Kratzer auf der Scheibe? Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja, das kann natürlich sein. Ja, 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 ja. Ja, das sieht gut aus. Autopilot-Trimmen an und ausschalten. Soll ich das mal anmachen? Ist das jetzt an oder aus? Ist das jetzt an oder ist das jetzt aus? Landesscheinwerfer? Und bin nun getrennt, angeschlossen. Ja, was denn jetzt? Ist das jetzt an oder aus? Bin mir nicht sicher, Leute. Probier mal RB plus A. Nee. RB plus A geht auch nicht. Ja, ich gucke gleich nach. Ich gucke gleich nach. Ich gucke gleich nach. Trim funktioniert nicht automatisch. Muss ständig nachtrimmen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich brauche die Kombination noch. Vielleicht ist Bild auf, Bild ab. Kann das sein? Oh, scheiße. Oh mein Gott, ich habe den Computer ausgemacht. Es ist ein Garmin-Computer. Oh, scheiße. Ich muss neu booten, Leute. Oh, 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 oh. Den habe ich immer noch neben mir stehen. Ja, nice. Ist immer noch aus hier, die Scheiße. Was ist das denn? Hier, Autopilot. Oh, fuck. Guck mal, ich bin ein bisschen hier. Ich muss mal ein bisschen korrigieren. Aber du siehst das natürlich nicht. Aber ich glaube, ich kann doch... Ich nehme mal kurz die Maus. Das Ding ein bisschen verschieben. Guck mal, machen wir hier unten. Machen wir es mal hier hin. Dann habt ihr die Karte ein bisschen drauf. Ich mache mal ein bisschen kleiner. Kleiner geht nicht. Alles klar. So, ist schon die allerkleinste Möglichkeit. Also, wir müssen auf der pinken Linie eigentlich fliegen, ne? Weißt du Bescheid? Ich werde mal ein bisschen korrigieren. Es gibt hier viele Indikatoren, wie du auf diese Linie kommst. Ja, so ungefähr, ne? So. Ich glaube, so ist in Ordnung. Das Ding ist, warum ist jetzt der scheiß Monitor aus? Das irritiert mich ein bisschen. Jetzt geht der Monitor wieder an. Ai, 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 ai. Wer hat heute Geburtstag? Zuliana hat heute Geburtstag? Was? Ja, du darfst dir Geburtstagslied wünschen, aber ich darf keins mehr singen. Ich darf leider keine Geburtstagslieder mehr singen. Ich hätte dir gerne eins gesungen, aber ich darf leider nicht. Äh, willst du sagen, wie alt du geworden bist? Musst du natürlich nicht. Also, darf ich schätzen. Zuliana und ich, wir haben uns ja schon mal getroffen. Mikey, du warst dabei. Keine Angst. Keine Angst. Es war da, wo du mit dabei warst, Mikey. Mach dir keine Sorgen. Ähm. Ich würde schätzen, 28. Vielleicht 29. Ungefähr. Uppi, mein Daumen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht abstürzen. Was habe ich denn da jetzt mit dem Monitor gemacht? Also, wir müssen hier irgendwas anmachen. Nav-Empfänger einstellen. Nee. Audio-Piegel. Navigation. Boah, ich würde gerne mal das Funkgerät ausmachen, ne? Autopilot brauchen wir nicht. Gott, deswegen, Junge. Ich eier mir hier eins zurecht, oh. Junger Vater. Aber ich glaube, so ist in Ordnung. Wie hoch sind wir denn? Ah, da. Hm, hm. Flight Director. Höhenhaltungsmodus. Aber das ist aber gut. Ein. Okay, aber welche Höhe sind jetzt eingestellt eigentlich? Das ist die Frage. Weil wir sinken ganz schön dolle. Ich mach mal wieder aus. Ich mach mal wieder aus. Ich mach mal lieber wieder aus. Nicht, dass das bei Null war. 37, what? Okay, letzter Versuch. Y-Kreuz hoch, runter. Das gucken wir nochmal. Okay.